Ich habe für meine Katze das fetteste Stück Rindfleisch überhaupt gekauft und jetzt gucken wir, wie er darauf reagiert. Apollo, guck mal, ein richtig fettes, saftiges Stück Rindfleisch für dich. Magst du? Magst du nicht? Apolli, hier! Ja, diese Katze ekelt sich vor Fleisch. Und jetzt gucken wir, wie der andere darauf reagiert. Du sag ihm aber nicht, dass ich es dir zuerst angeboten habe, weil er weiß, dass du dich vor Fleisch ekelst. Und er wird sich darüber ärgern, dass ich es ihm nicht zuerst angeboten habe. Katze? Hast du das mitbekommen? Ja? Guck nicht so böse auf Apollo. Ich wollte ihm auch zuerst was anbieten, aber jetzt kann ich es dir anbieten. Guck. Ja, ist für dich. Willst du haben? Komm, komm schnell. Guck mal, wie riesig das ist. Richtig viel zum Kauen. Du kannst es nicht auf den Kratzbaum bekommen. Nein. Geht nicht. Ich kann es dir entweder runterbringen, in den Napf legen, oder du bekommst es gar nicht. Katzi. Wofür entscheidest du dich? Nein. Dann lege ich es dir in den Napf und du kannst es dir holen, wann du willst. Aber jetzt kriegst du es nicht auf den Kratzbaum. Komm. Kommen Sie. Wie du möchtest. Ihr seid so verwöhnt. Dann lege ich es dir. Jok.